Liebe Studierende, willkommen zur 13. Videoübung des Semesters zum Thema «Periode eines Lichtsignals». Es handelt sich um eine typische Aufgabe der speziellen Relativitätstheorie. Gefragt ist die Darstellung der Periode eines Lichtsignals aus Bezugssystemen, die sich relativ zueinander bewegen. Da Licht im Spiel ist, müssen wir hier mit den Lorentz-Transformationen arbeiten. Seien S und S' zwei Bezugssysteme, die sich relativ zueinander mit der konstanten Geschwindigkeit v längs der x-Achse bewegen. Wir betrachten zuerst einen ersten Lichtblitz, der zur Zeit t gleich 0 vom Sender am Ursprung O im Bezugssystem S gesendet wird, d.h. bei der Lage x gleich 0 im Bezugssystem S. Da beide Bezugssysteme zur Zeit t gleich 0 übereinstimmen, d.h. O und O' sind am gleichen Ort, kann man sagen, dass der Empfänger bei O' im Bezugssystem S' das erste Lichtsignal oder Lichtblitz auch bei t' gleich 0 beobachten wird. Zu einem späteren Zeitpunkt t gleich tau wird im Bezugssystem S immer noch bei x gleich 0 der zweite Lichtblitz emittiert. Im Bezugssystem S' ist aber die Zeit allgemein so definiert. Nach den Lorentz-Transformationen die Zeitkoordinaten t' im Bezugssystem S' ist dann gleich t als Zeitkoordinate im Bezugssystem S minus v durch c im Quadrat mal x als Ortskoordinate im Bezugssystem S geteilt durch Wurzel von 1 minus beta im Quadrat. Wobei, hier benutzen wir die Schreibweise, dass beta gleich v durch c, d.h. in der speziellen Relativitätstheorie ist die Zeit bezugssystemabhängig. Jetzt mit t gleich tau und x gleich 0 folgt sofort, explizit die Zeit t' gleich tau geteilt durch Wurzel von 1 minus beta im Quadrat. Nach den Lorentz-Transformationen ist die Lage der Lichtquelle aus dem Bezugssystem S', d.h. vom Standpunkt aus des Empfängers im Bezugssystem S' bei O', ist allgemein definiert als x' ist dann die Koordinate im Bezugssystem S' der Lichtquelle, ist nach der Lorentz-Transformation gleich x als Koordinate im Bezugssystem S' minus v mal t, wobei t ist die Zeit im Bezugssystem S' immer noch geteilt durch die Wurzel von 1 minus beta im Quadrat. Und nochmals, da der zweite Lichtblitz zur Zeit t gleich tau, aber immer bei der Lage x gleich 0 gesendet wurde oder erzeugt wurde, folgt die Koordinate x' der Lichtquelle aus dem Bezugssystem S' beobachtet, gleich minus v mal tau geteilt durch Wurzel von 1 minus beta im Quadrat. Wenn wir jetzt die Perspektive aus dem Bezugssystem S' berücksichtigen und dazu noch die Voraussetzung der speziellen Relativitätstheorie, dass Licht immer die gleiche Geschwindigkeit C in allen Bezugssystemen besitzt, dann die Zeit, die der zweite Lichtblitz braucht. Bis er in O', also beim Empfänger, im Bezugssystem S' eintrifft, ist gleich, nennen wir diese Zeit, Delta t', ist nicht anders als x' Betrag, selbstverständlich, als Abstand, geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit C, die eben überall gleich ist im sämtlichen Bezugssystem. Explizit mit dieser Formel ist dann v durch C geteilt durch Wurzel von 1 minus Beta im Quadrat mal tau. Zusammengefasst, wenn der Lichtblitz bei T' gesendet wurde, aus der Perspektive des Empfängers im Bezugssystem S'. Dann trifft der Lichtblitz in O' eben beim Empfänger im Bezugssystem S' zur Zeit t' plus Delta t'. Und dies ist gleich 1 plus v durch C, geteilt durch Wurzel von 1 minus Beta im Quadrat mal tau. Jetzt können wir diese Überlegung aus einem generellen Stammpunkt aus verstehen. Sei jetzt tau eine Periode t'. So ist t' plus Delta t' die Periode t'. Das heisst, tau als Periode t im Bezugssystem S' ist dann eine Periode t' im Bezugssystem S'. Und dank dieser Formel können wir tatsächlich sofort schreiben, dass t' ist gleich 1 plus v durch C, geteilt durch Wurzel von 1 minus Beta im Quadrat mal t. und dies lässt sich sogar in einer kompaktere mathematische Formel zusammenfassen, als 1 plus v durch C geteilt, eben als Wurzel von 1 plus v durch C geteilt durch 1 minus v durch C und das Ganze noch multipliziert mit t. Das heisst, wir haben hier die Periode einer harmonischen Schwingung im Bezugssystem S mit der Schwingungsdauer t bezeichnet und der Beobachter im Bezugssystem S' empfängt dann eine harmonische Schwingung, deren Schwingungsdauer t' ist. Und somit, was hier geschrieben ist, ist die relativistische Transformation einer Periode t, eines Lichtsignals, eben nach den Lorentz-Transformationen. Und diese Formel war tatsächlich eine Definition in der Vorlesung, war die drittletzte Formel des Skripts. Das Ergebnis lässt sich weiterentwickeln. Wie wir in der Vorlesung betont haben und wie in der Vorlesung betont wurde, darf die Frequenzänderung beim Licht nur von der Relativgeschwindigkeit von Sender und Empfänger abhängen. Da es keinen Äther gibt, auf den man die Vorpflanzung des Lichtes im absoluten Sinn beziehen kann. Somit aus dem Ergebnis dieser Aufgaben folgen sofort die Formel des relativistischen Dopplereffektes des Lichtes im Vakuum. Wenn wir jetzt eine Frequenz f definieren als 1 über t im Bezugssystem S und die dazugehörende Frequenz f' als 1 über t' im Bezugssystem S', dann mit dieser Schreiweise aus dieser Formel folgen eben die zwei letzten Formel des Skripts unserer Vorlesung. Diese Aufgabe war die letzte Videoübung dieses Semesters. Ich hoffe, dass diese Videos ein nützliches Instrument zu Ihrem Lernprozess waren. Es hat mich gefreut, diese Videos für Sie vorzubereiten. Und danke an dieser Stelle Herrn Guillaume Schilz für die technische Unterstützung. Ihnen, lieben Studierenden, wünsche ich alles Gute und viel Glück.